Herzlich Willkommen bei der Medical Fitness & Healthcare, dem Fachmagazin für Gesundheitsanbieter und Physiotherapeuten. Der Markt für selbstfinanzierte Gesundheitsdienstleistungen wächst stetig. Wie können Physiotherapeuten einen Selbstzahlerbereich als zweites Standbein nachhaltig umsetzen? Und was müssen Fitnessstudio-Betreiber bei der Entwicklung von Gesundheitsangeboten beachten? Thomas Kemmerling, Gesundheitsexperte des DSSV, beantwortet für Sie die entscheidenden Fragen. Im Therapie- und Fitnessbereich gehören Sportverletzungen leider zum Alltag. Wenn die körperlichen Schmerzen besiegt sind, kämpfen Sportler häufig auf der psychischen Ebene mit der Verletzung. Prof. Dr. Julia Krampitz und Prof. Dr. Jana Tim erläutern, wie Athleten nach einer Verletzung mit einer zusätzlichen psychologischen Behandlung dabei unterstützt werden können, ihre sportliche Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen. Die FIBO wird vom 2. bis zum 5. April 2020 auch zum Treffpunkt für den weltweiten Gesundheitsmarkt, dessen Aussteller in der neuen Halle 8 noch mehr Raum bekommen. Für die Organisation des FIBO Kongresses hat sich die FIBO fachkundige Unterstützung gesichert. Ab 2020 werden die DHFBG und die BS Akademie die Organisation des Kongresses unter der Federführung der FIBO verantworten. Sie erhalten die Medical noch nicht? Dann besuchen Sie jetzt unsere Webseite unter fitnessmanagement.de oder abonnieren Sie uns über unsere Social Media Kanäle.